Ich habe zehn Stunden slobarisches Unterricht genommen, hier in Stuttgart. Und die Sprache ist so schwierig. Aber eines, was ich da gelernt habe. Deine Bonnetsche. Ich habe in Stuttgart gearbeitet. Ich habe in Stuttgart gearbeitet, 10 Stunden in Slovenien. Ich habe in Stuttgart gearbeitet, die ich in Stuttgart gearbeitet habe. Ich habe in Stuttgart gearbeitet, aber ich habe in Stuttgart gearbeitet. Über 16. Zilli, über 16. Mikrofon. Deutsch? Ignatz, hier hast du eine Borowitschka. Das dauert einen Monat. Kannst du das trinken? Was? Sollst du nicht von Durst sterben? Von 70 Geburtstag, vor dem was trinken. Meine zwei Töchter, die da hinten sitzen und es nicht vernommen haben. Und meine lieben Partnerin, die Maria. Was glaubt ihr, was jetzt morgen los ist, wenn die mir sagen, ich habe eine Flasche 2 Liter Borowitschka bekommen? Noch, 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 noch. Papa, wir möchten nur immer das Beste für dich. Und deswegen für keinen Borowitschka. Aber ich weiß mir nicht, was ich alles im Keller habe. Und da ziehe ich mich immer zurück. Jako Jan Peckne. Jako Jan Peckne. Jako Jan Peckne. Das ist auch Peter. Von Wohl zosstur an Borowitschka trinken. Keine. 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 Ich habe nichts gewusst, was möchte Fara Kocha gerne haben, außer ich habe mir eine. Ein echtes provakisches Limović-Gesketträt. Ich habe nichts gewusst. Ich habe nichts gewusst. Ich habe nichts gewusst. Ich habe nichts gewusst. Ich möchte mich an Maria Pales. Ich habe nichts gewusst. Ich habe nichts gewusst. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.